Juhu, endlich spielen! Welches Spiel nehme ich denn heute? Das sieht lustig aus! Wow, all die Spielfiguren! Das sieht gut aus! Ein sehr interessanter Artikel. Hey Mom! Hallo Liebling, wie geht es meiner Prinzessin? Zeig mal, was du da hast. Ich hab was gemalt, guck! Oh Liebling, du hast Papa aber sehr gut getroffen. Das werde ich mir einrahmen oder in einer Kunstgalerie aufhängen. Meine Kleine ist so begabt, ein wahres Naturtalent. Ich bin unendlich stolz auf sie. Mami, Mami! Ein wirklich tolles Bild, Liebling. Das hänge ich gleich an die Wand. Das sieht toll aus, ein weiteres Meisterwerk für unsere Sammlung. Lass deiner Kreativität immer freien Lauf, hörst du? Bravo! Ich glaub, ich muss gleich niesen. Doch nicht. Ich hasse es, krank zu sein. Ein Mülleimer wäre wohl gut. Oder jemand anders räumt hier einfach auf. Hey Mami, ich hab dir ein Bild gemalt. Sieh Leine, ich bin beschäftigt. Mami, Mami! Immer noch da. Na gut, dann zeig mal her. Guck mal, da sind Bäume und Vögel. Gib mal her. Viel besser. Oh, das wollte ich nicht. Igitt! Schon gut, ich wisch das ja weg. Ich hab's. Ich häng's mit Kaugummi an die Wand. Aber wir haben doch Klebeband. Aber wenigstens hängt sie's auf. Tada! Du hast es ruiniert. Hab's versucht. Sorry. Die Hausaufgaben sind echt schwer. Oh, das Ergebnis weiß ich aber. Puh, so viel Denksport. Oh, hi Mama! Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte dir nur etwas zu trinken bringen. Hier hast du etwas Limonade. Danke, Mom. Okay, weiter geht's. Mom, das ist viel zu laut. Das haben wir gleich. Hör auf zu klingeln. Hör auf jetzt. Endlich Ruhe. Oh nein, die Türklingel. Wer könnte das denn sein? Bin gleich zurück. Scht, bitte nicht stören. Oh, ein Paket. Danke. Okay, dieses Haus beliefer ich garantiert nicht mehr. Ist das besser? Oh, entschuldige. Ich lass dich in Ruhe. Meine Mami ist so lieb. So viele Hausaufgaben. Ah, jetzt kapier ich's. Gar nicht so schwer. Hi, Mami. Wer spricht da? Ups, da hab ich wohl Kaffee verschüttet. Tut mir leid. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Hab mich ja schon entschuldigt. So, jetzt sei still. Ich muss mir was anschauen. Haha, der Kanal ist spitze. Das ist so lustig. Mom, ich kann mich nicht konzentrieren. Du hast aber schlechte Laune. Na, dann schaue ich eben nicht weiter. Man kann hier überhaupt nicht gut arbeiten. Hey, zieh dir mal die Riffs rein. Ich hab Bock auf ne Gitarrensession. Oh yeah, rock'n'roll. Mom, bitte. Ah, mein Bett ist echt gemütlich. Also dann, Gute Nacht, Mom. Hast du denn noch Lust auf eine Gute-Nacht-Geschichte? Ja, voll gerne. Es war einmal ein lustiger Clown. Lies weiter. Hallo, Betty. Ich bin Coco, der Clown. Und ich mag gerne Unsinn. Ja, das ist die beste Geschichte aller Zeiten. Und eines Tages traf Coco eine gute Fee. Wow, ist die hübsch. Ich bin langsam echt müde. Oh, ist sie nicht süß, meine kleine Prinzessin? Schlaf gut, mein Liebling. Mami? Mami? Mami, wach auf! Mami, ist es Zeit für eine Gute-Nacht-Geschichte. Mom! Hä? Wo bin ich? Kannst du mir das hier vorlesen? Ein Märchenbuch? Wie langweilig. Wie wär's mit ein paar Gerusel-Geschichten? Aber ich hab Angst. Es war einmal ne böse Hexe, die Kinder verspeiste. Ihr einziger Freund war ne Vogelscheuche, die nachts ihr Unwesen trieb. Mh, ich hab Hunger. Ah, hör auf! Ich muss leise sein, sonst hört mich Mom. Mh, ich will nen Snack. Hier ist nichts. Wo sind denn die ganzen Süßigkeiten hin? Ah, ich weiß. Auch nichts? Hat Mom sie versteckt? Oh, Bingo! So viel Süßes! Was machst du denn da, junge Dame? Gib die Süßigkeiten her, ich mach das. Denk dran, du sollst mich fragen, wenn du etwas Süßes möchtest. Mh, yummy! Ups, das hätte ich fast vergessen. Beinahe! Mh! Sehr gut, Mom ist nicht da. Ich darf ihr nichts herumliegen lassen. Das kommt hier ins Glas. Kaum zu glauben, dass ich das tun muss. Ich versteck das mal lieber. So weit, so gut. Das findet die nie. Das hat so lecker geschmeckt. Mom, was machst du da? Oh, hi! Das war meine Schokolade. Kannst du das auch beweisen? Mami, bin wieder zu Hause. Das Spielen hat echt Spaß gemacht. Oh, ich hab mich geschnitten. Au! Mami, helfe! Da bist du ja wieder. Oh, du hast dich verletzt. Ich helf dir. Na, lass mal sehen. Oh je, das sieht schlimm aus. Das brennt total. Mach was, Mama. Hm, was mach ich denn jetzt? Warum verkleidest du dich? Das ist ein Job für die Krankenschwester, Mami. Oh, hätte ich bloß nichts gesagt. Gleich fühlst du dich schon viel besser. Leg dich hin und ruh dich etwas aus. Mami, hilf mir. Ich bin hingefallen und es tut weh. Was ist dir passiert? Ah, versteh schon. Ich soll dir wieder mal helfen, hm? Oh, so viel Blut auf einmal. Halt mal das hier. Mir ist ein bisschen flau. Ich verbinde das Ganze jetzt mit Klopapier. Aber ich brauch doch ein Pflaster. Ach, Blödsinn. Wer braucht schon ein Pflaster? Schau, alles wieder gut. Gib mir die Chips zurück. Pflaster wären besser gewesen. Mom! Hey, Mom! Hey, Mom! Deinen Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.